Girls, auf der Suche nach einer einzigen Frau. Eine Freundschaft ist sehr wichtig. Ich glaube, es ist zum Teil auch einer der wichtigsten Dinge im Leben. Schönheit, vergänglich. Liebe ist für mich so wichtig, so, so wichtig. Ich glaube, es gibt nichts Schöneres, als jemanden zu lieben. Ich glaube, man geht in die Welt hinein mit ganz anderen Augen, ganz anderen Einstellungen. Ich fühle mich schon sehr alleine. Wenn man von Stadt zu Stadt fährt und wirklich jeden Tag woanders ist und in Hotels, zu Hotels. Ich glaube, der einzige Freund, den man hat, ist das Telefon oder vielleicht auch mal, ich habe ab und zu mal meine Gitarre dabei und ich spiele einfach vor mich hin. Ich lege mich ins Bett und mit der Gitarre und spiele meine Songs. Und ich glaube, dann fühle ich mich nicht mehr alleine. Ich glaube, es gibt nichts Schöneres, als jemanden zu lieben. Ich glaube, ich bin 1981, du zu Bl Burning complement. Ich fühle mich niemals an, were persist auf mich, holenliere kilometres. Ich habe fast geelnungen, cholesterol, betrachten, Stanges� oppositionen, aber- Okay-ünfzig. Ich hoffe, es gibt nichts Schöneres. drei Minuten') Zeitung. Und steh eurem Gitarre und Fertig – 19. Aktien Ryann, wenn ich von Art und quietenROfen cybersecurity kann Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Als kleiner Junge habe ich den zweiten Schuljahr wiederholt und meine Mutter war super sauer für mich, wie kann man... ... ...